Warte, warte, wie soll ich darüber kommen? Moment! Okay. So, einladen sieht das nicht aus, aber wir müssen hier wahrscheinlich. Wow, gar nicht. Läuft da oben wer? Semba. Oh Gott. Ja, ich denke mal, hier müssen wir durch. Irgendwie. Das muss den Gang folgen am besten. Okay. So, woanders kommen wir jetzt auch gerade nicht hin. Die Geräusche mache ich jetzt auch hier. Oh Gott. Ja, ein ganzer Krieg ist er schon. Ganz schön unheimlich hier. Ja. Oh Gott, ey. Wo kommen denn die Geräusche her? Ich denke mal von diesen Kreaturen hier. Pass auf heute hin, dass die Brücke hier ist kaputt. Oh ja, danke. Ich glaube, das führt hier auch irgendwo hin? Vorsicht, hier ist doch die Brücke kaputt. Ja. Hm. 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 Ich weiß nicht, ob das Vieh da vorne steht uns bewegt. Oh, pass bloß auf, Schatz. Ich möchte dich nicht nochmal verlieren. Ich bin König. Ich bin bestimmt nicht so weit gekommen, um jetzt zu sterben. Oh nein. Das ist ja noch so ein Vieh. Eigentlich habe ich mich stark beschwert an. Ja, aber pass auf. Ja. Sehr gut, Schatten. Oh. Was ist das? Ah. Ach, Ruhe. Klasse, vielleicht ist da was für dich, Tanne. Ja, ich guck mal rein. Hier sind Pfeil und Bogen drinne. Ah, das sind doch deine Spezialfähigkeiten, dass du Schätzchen bist. Sehr gut. Oh, dann wollen wir weiter. Ach, so lange sind wir zwangweilig. Und wo weiter? Ja. Gute Frage. Gute Frage. Ah, hier geht's weiter. Hey, noch ein Gegner. Hinter dir, pass auf. Das war's. Stopp. Ach, ihr Mistfigur geht mir auf den Senkel. Ich glaube, das hast du alle. Ach, guck doch. Es ist doch noch nicht früher gewesen. Dann gehen wir mal weiter. Meinst du, es ist der richtige Weg? Ich hab's irgendwie im Gefühl, dass es so ist. Okay. Wir kommen jetzt wahrscheinlich zum Stadttor oder sowas hier. Guck mal hier unten, Schatz. Warte. Hm? Heilige Mutter. Guck mal. Das ist eine Menge. Lass uns zusehen, dass wir hier weg kommen. Auf jeden Fall. Ein Glück sind die Viecher da unten. Ja. Ach Gott. Ja. Ah. Da ist es, Rudder. Tatsächlich. Lass uns schnell abhauen. Ja, bloß wohin. Am Tee ist nicht weiter. Lass uns da angehen. Okay. Hier geht's weiter. Ja. So weit kannst du also nicht mehr sinnen. Äh, das war mir. Und deine Rüstung bestimmt. Ja. Schau mal, da hinten ist irgendwas. Ja, vielleicht ist der Ausgang. Hoffentlich. Ja. Ich hoffe es, ob sich die Viecher hier in den Often senken. Ich frag mich echt, wer das Programm hier geschrieben hat. Aber wahrscheinlich sind hier defekte Daten. Das Verb hab ich geschrieben. Aber wahrscheinlich sind hier defekte Daten. Hm. Ich hätt den Gang nicht so lang programmieren sollen. Aber ehrlich, wann sind wir endlich da? Äh, warte. Vorne seh ich den Ausgang. Also, dürfte es nicht mal so weit sein. Na endlich. Ja, ich hoffe das zieht sich nicht mal so lange hin. Ich hätt den Gang doch ein bisschen kurzer machen sollen. Warum hast du ihn auch so lang gemacht? Das sind die Datenkabel. Die sind so lang. Siehste, da vorne ist schon der Spawn-Quack-Knoten. Das ist gut. Doch ein bisschen größer als ich dachte. Das ist der Datenstrom. Wir müssen nach oben steigen, um zu dem Portal zum Ausgang dieses Programms zu kommen. Ich werde vorgehen und du kommst mir nach. Alles klar, Schatz. Ich werde mit einem System ausgehen. Ich werde mit einem System ausgehen können, wie ich jetzt die letzten Jahre einander habe. Ich werde mit einem System ausgehen. Was ist das hier? Das ist aber nicht der Ausgang. Wie darf es wieder ein Zwischenspeichern? Wer ist denn das? Ist das die Person, die wir treffen sollten? Glücklich. Du bist also derjenige, der uns hierher gebracht hat. Dafür wirst du leiden. Stopp. Wenn du mich tötest, wirst du gelöscht. Königin, komm zu mir. Der neben dir, der sich für den König ausgibt, ist die KI. Er wollte dich ihm glauben lassen, dass er der König ist. Er hat dich beschützt vor allen Gefahren. Er hat sich bewusst geopfert, um dein Vertrauen zu erschleichen. Das kann nicht sein. Nein, das ist es auch nicht. Unser König ist vor dem Start des Raumschiffs auf dem Planeten geblieben, um unser restliches Volk selig vorzupreisen, dass sie bald sterben werden. Auf einer Sache hat er recht. Das alles hier ist nur ein Programm. Und schau, er hat aus dem Nichts ein Programm geschrieben. Oder wie konntet nur ihr beide den Flugzeugabschluss überleben? Sag mal, was soll das alles hier? Wer bist du eigentlich? So langsam verstehe ich gar nichts mehr. Ich stehe auch hier mitten im Wald. Wer bist du? Ich bin der Wissenschaftler, meine Königin. Der Wissenschaftler, der mit dir auf das Raumschiff gestiegen ist, um die Reise zu machen, um unser Volk zu retten. Weißt du nicht mehr? Nein. Er wollte dich bei dir haben, weil er in dich verliebt ist und mit dir auch ein normales Liebesleben zu führen. Und wegen der schwarzen Tür. Ohne seine Anwesenheit würde die schwarze Tür nie aufgehen. Er will dich in dieser Welt behalten, dass du immer an seiner Seite bist, seitdem ich ihn erschaffen habe. Meine Königin, wach auf, du bist in einer Traumwelt und einem Programm. Meine Königin, denk an unser Volk. Wir müssen die KI hier ausschalten, um unser Volk zu retten. Also wenn mein König wirklich tot ist, nein, dann bleibe ich hier. Ich möchte bei ihm bleiben. Das verkraftigt uns nicht. Aber ohne ihn, aber ohne dich können wir die Mission nicht beenden. Wir müssen auf einen neuen Planeten. Er muss einfach weg. Das ist mir egal. Ich möchte bei ihm bleiben. Dann bleib mir nichts anderes übrig. Das ist jetzt vielleicht noch eine andere Lösung. Vielen Dank. Warum willst du mich töten? Du hast unsere Königin entführt und du hältst uns auf, unsere Zukunft zu bereisen. Du hast unsere Königin entführt, und du hast unsere Königin entführt, und du hast unsere Königin entführt. Auseinander, ihr beiden! Wir können es doch so machen, ich komme mit in die reale Welt zurück, aber ich möchte jederzeit die Möglichkeit haben, zu meinem König zurückzukehren. Okay, wenn du das unbedingt möchtest, meine Königin, Hauptsache, unser Volk ist nicht im Untergang geweiht, wenn wir hierbleiben. Ich hoffe, dass wir dann bald einen schnellstmöglichen Planeten finden, damit wir unser Volk absetzen können und ein weiteres, schönes Leben fortführen können. Also gut, meine Königin, ich werde jetzt in die echte Welt zurückgehen und ich erwarte dich dort. Verabschiede dich erstmal von ihm und du kannst bald wieder zurück zu ihm. Ich muss nur ganz gut zurück, ich muss gucken, ob es meinem Volk gut geht. Aber ich verspreche dir, ich bin gleich wieder da, ich möchte nur bei dir sein. Ich werde gleich wieder zurück sein. Ich verspreche, ich möchte nur bei dir sein. Ich liebe dich. Bis bald. Willkommen, Zollkönigin. Erstmal den Helm abnehmen. Hey, du bist doch der aus dem Flugzeug, der gegenüber von uns saß. Ganz genau, Königin. Ich bin schon seit ganz Anfang an immer in eurer Nähe gewesen, um euch aufzupassen. Was? Ja. Ich habe schon von Anfang an gewusst, dass die KI nichts Gutes im Schild geführte. Aber nichtsdestotrotz, du bist ja wieder zu ihm zurück. Ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz schnell zu hoch zur Kommandozentrale, also zum Cockpit des Raumschiffs. Nun kannst du alle Sachen überprüfen und dann kannst du wieder zurückgehen. Machen wir das schnell? Gerne. Okay. Musik Musik Also Königin, ich gucke mal kurz, ob alles in Ordnung ist und du kannst mal runtergehen an den anderen Pult, ob die Flugrichtung oder die Navigation, wo wir gerade hinfliegen, noch alles korrekt ist, okay? Okay Musik Und meine Königin, stimmt die Navigation noch alles? Also wenn hier alles in Ordnung ist, gehe ich wieder zurück Okay, dann hoffen wir, dass wir beide auch einen Planeten finden und ich halte dabei hier die Stellung Musik Musik Okay, dann bis gleich Musik 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 Hallo, da wisst ihr ja wieder. Ja, nee, du bist wieder da. Guck mal, der Mond. Ja, ne wundervolle Nacht. Hm, die KI ist doch besser. Ja, ne wundervolle Nacht. 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 I can barely sleep, cause you are always on my mind I can hardly breathe, I'm so afraid to lose the time We were so mates, we were lovers We were superstars, undercover